Herzlich Willkommen und ein herzliches Hammerhoin zu einer neuen Runde Let's Play Super Metroid Super Zero Mission. Wir haben gerade die Warrior Suit bekommen. Endlich in Lava-Bahn. Das wollte ich schon mal machen. Aber hier kommen wir doch jetzt nicht durch, oder? Das ist doch Säure. Ja, das war jetzt ja doof von mir, ne? So. Äh. Also Säure geht immer noch nicht. Hätten wir doch schwer gewundert, ehrlich gesagt. Ach cool. Das war nur so ein Geheimnis hier. Aber Lava müsste jetzt gehen. Äh, Temperatur müsste jetzt gehen. Da-dum, da-dum, da. Mhm. Da ist vielleicht ein weisser Fleck auf der Karte. Vorsichtig also. Schon neugierig bleiben. So. Natürlich. Ja, natürlich. Das hab ich doch gewusst. Ah, das auch. Da-dum, da-dum, da-dum. Oben oder unten? Nicht grad egal, ne? Oben kommt man seltener hin. Also erstmal noch. Speicher mal. Ach so. Ach, das ist ja gemein. Da müssen wir also schneller sein. Da kommen wir jetzt raus, wo wir schon mal waren. Ah, verstehe. Ähm. Haben wir da jetzt irgendwas Neues? Ja, die Variasuit. Aber sonst? Hm. Könnten wir uns eigentlich auf den Weg zu Kraten machen? Wenn ich jetzt da durchgehe. Wenn ich da jetzt runtergehe, ist das doof. Ich will eigentlich gerne wieder zurück. Komm, ich hoffe, wieder zurück. Weil hier ist doch noch so ein halber Weg, der nach oben geht, den wir nicht beendet haben. Kann ich nochmal laden? Okay, dann bin ich hier. Was ist, wenn ich unten? Lunky? Ach, falls ich durchfalle. Dö-dö-dö-dö-dö. Natürlich. Ich versuche mal zurückzukommen. Möchte gerne wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Gut, gut. Ach, nicht gut. Wächs. So. Ich frage mich, ob da unten der Säure auch noch ein paar stecken. Ich gehe da mal hin. Spaß uns halber. Einfach mal speichern und gucken. Wir gucken mal. Keine Ahnung. Ne, sieht nicht so aus. Laden. Könnte ja sein, dass der Energietang nochmal hängt und man deswegen nach unten sollte. Dann wäre das jetzt recht nützlich gewesen. Aber nö, so nicht. Und was ist hier links neben mir? Bin ich da überhaupt hingekommen? Hä? Dun, 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 dun. Ja gut. Hilft mir jetzt recht wenig. Dann versuchen wir zurück nach Norfair zu kommen. Jetzt können wir immerhin der Hitze widerstehen. Erst mal hinzukommen. Ich weiß mich nicht mehr, wo das war. Hm, hm. Hm. Vielleicht da runter zu Crate erst mal. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Dün, 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 dün. Ach. Hör auf. Ernsthaft? What the f-? Okay. Da geht's jetzt aber nicht höher, oder? Ne. Ich, äh. Das ist so typisch. Halt, da war ich doch richtig. Mal zurück. Dün, 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 dün. Dum, dün. So. Na, das sieht sehr vielversprechend aus. Mein Lieblingsmonster. Wo ist er? Komm her. Sau. Oh, die Musik. Na, wir sind ja jetzt schon fertig. Ich setze mich gleich ans Keyboard. Will das auch machen. Aber schöne... Aua. Schöne Grafikelemente. Verdammt gut. Kompliment an die Hacker. Äh. Ein Hauch von nichts. Achso. Die mag ich ja. Äh. Okay. Kommt da so ein dicker Johnny auf einmal. Willst du noch mehr? Nö. Ja, na sicher. Pfiuh. Hm. Ja, ja, sicher. Ich komme schon. Ja, natürlich. Immer wenn ich nicht gespeichert habe. Ah, nun der Scheiße. Ach so, das geht auch. Hm. Schwerverdächtig. Ich mag die Musik. Habe ich das schon mal mit festgestellt? Feststellen lassen? Und apropos, ich mag die Musik. Wo bin ich denn eigentlich in der Aufnahme? Ich kann nicht mal... Ach so. Ach Gott. Jetzt weiss ich gar nicht, wo ich in der Aufnahme war. Also, wie fortgeschritten ich in meiner Aufnahme bin. Ja, ich mache einfach bis zu einer gewissen Uhrzeit. Okay. Wie komme ich hier hoch? Gar nicht. Wie komme ich echt nicht hoch? Okay. Ah. Ich mag sowas. Ganz geheime rein. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Okay. 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 Mhm. Mhm. Speed oder Bombies? Könnte ich beides noch gebrauchen? Da brauche ich, äh, links? Ne, sieht man ja. Mhm. Äh, wie kommt die wieder hoch? Nein. Muss ja irgendwie wieder rauskommen. Ah. Okay, da komme ich also auch noch nicht weiter. Toll. Da kommen diese komischen Krabben aus den Löchern. Komm ich hier oben hoch? Nö, auch nicht. Da oben komme ich auch nicht lang. Natürlich. Auch natürlich. Äh. 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 Okay. Auf geht's zurück. Äh. Okay. Auf geht's zurück. Äh. 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 Und dann... Da 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 da... Da 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 da. Ein Weg haben wir noch. Da kommen wir noch nicht lang. Da kommen wir auch noch nicht lang. Oh. Oh. Äh. Ja. Ähm. Hier wollte ich noch nicht lang. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Halt, warte mal. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich wollte mich natürlich noch mal umgucken. Ich weiß nicht, dass hier irgendwie noch was Schönes ist. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich komm gar nicht mehr zurück. Guck mal. Hä, 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 hä. Mist. Hab ich erschrocken. Mann. Schreck mich doch nicht so. Ja, ja, komm. Ich weiß, wie das geht. Glaub ich. Sogar mit Hilfen. Ach, wie cool. Und dem Loch, das schon im Originalteil drin war. Äh. Also, ich nicht hinkriege. Ach. Schade. Wie kommen wir da hin? Na, der kleine Freund geht ja jetzt im Glück überhaupt nicht auf den Sack. Hm. Okay. Jetzt bin ich wieder oben. Wollte ich da eigentlich hin? Also, zu dem Boss kommen wir noch nicht. Hier nach links kommen wir auch noch nicht. Also, jetzt sind wir in Crate so ein bisschen aufgeschmissen. Entweder brauchen wir einen höheren Sprung. Oder wir brauchen Speed. Oder die Super Missiles. Irgendwas fehlt immer. Ich glaube, wir müssen nach Norfair zurück. Zeit habe ich noch? Kaum. Ähm. Ja. Zurück. Heißt die Antwort. Da, 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 da. Dann gehen wir zurück. Schade. Aber wir haben ja schon den neuen Anzug. Tö, 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 tö. Hm. Aber wie kommen wir da jetzt hin zurück? Ja, 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 ja. Ähm. Ist das so gewollt? Äh, ich glaube nicht. Da brauche ich Bombis. Äh, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich weitergehe. Ich wollte eigentlich zurück zum, oah. Feuer. Äh, Norfair. Ich wollte zurück zum Norfair. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hingekommen bin. Erst mal sehen. Da hinten und dann runter. Das sollte ich doch hinkriegen. Also müssen wir nach oben. So. Gehe ich auch noch durch. Gehe ich hier noch irgendwie durch. Oder? Nee, runter muss ich. Von hier nach unten. Gehe ich nur noch mit. Gehe ich nur noch mit. So. Hm. Das dürfte doch nicht mehr wehtun. Na mal. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Hm. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang, kann das sein. Speichern mal. Wir sind wieder zurück. Hallo? Oh. Also nach rechts kommen wir nicht. Nach unten kommen wir nicht. Also müssen wir nach hier. Auch eine gute Ausdrucksweise. Und jetzt können wir uns ja im Prinzip Zeit lassen in den nächsten Raum, der voller Flammen, voller Hitze ist. Obwohl ich hier eigentlich gar nicht dringend hin muss. Hä? Ach, oben stößt es mich an. Was war das denn? Warum? Das denn gerade? Ja. Wieso bin ich da durchgerauscht? Na gut. Hm. Komme ich denn noch nach unten? Ah, Tatsache. Gut. Sieht ganz so aus. Hallo? Haben die einen Plus auf ihrer Mütze? Hör mal. Nehmen wir immer gerne mit. Wir haben schon einiges verpasst. Ich weiß noch nicht wo. Hm. 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 Speicher mal. Nein. Ich weiß noch nicht wo. Gut. Ich weiß, meine Zeit ist eigentlich, meine Zeit ist abgelaufen. Aber ich wollte gerne noch ein bisschen. Mein Speicher. Hör mal mit. Wäre eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um das Pause zu... Um das... Das Pause. Ich sollte schlecht sprechen. Um die Pause jetzt zu machen. Aber ich will noch weitermachen. Kennt ihr ja von mir, ne? Dass die ein oder andere Folge mal ein bisschen länger sein kann. Äh. Ja, das ist jetzt doof. Das ist auch doof. Äh. Oh Gott. Das auch noch. Ah. Ja. Äh. Wie ist das gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ah. Ja. Sicher. Ich darf nicht an die Stacheln oben kommen. Ich vergesse das gerne mal. Das habe ich gewusst. Ja, das habe ich auch gewusst. Und ich sage es gerade noch. Ah. Ich hätte mich da aufladen können, aber... Nö. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Da komme ich doch nie wieder zurück. Die bessere Frage ist aber, wo komme ich hin? Ach, na gut. Ich mache doch mal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.